Huuu, ihr Nusschen! Jetzt hört der Rest der Welt uns auch live von Loch 3, fast zumindest. Zulich willkommen zu einer neuen Aufgabe. Zu einer neuen Aufgabe für euch. Hört euch diesen Quatsch hier an, den wir jetzt eine Stunde verzapfen. Wir geben gemeinsam auf. Ja, Hausaufgaben. Ja, Briefe, Liebesbekundung. Handtücher werfen. So, heute hat die, nein nicht heute, ich glaube gestern. Jetzt bin ich aber gespannt, was da für ein Kontext kommt. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. In Albuquerque war halt irgendwie so ein Leichtathletik-Wettkampf und da hat halt irgendwie so eine ältere Dame in ihrem Altersbereich halt die 100 Meter bei knapp 40 Sekunden gerissen. 40 Sekunden? Ja, und die Dame hat aber mit dem Lauftraining erst vor ein paar Jahren begonnen und sie ist in der Kategorie über 100 und sie ist 103. Och, das ist schon eine Leistung, da noch anzukommen. Ja, also die hat, also man merkt echt die Kniegelenke und die Fußgelenke, die gehen noch so, also bei Hüften merkst du, dass sie so ein bisschen steif unterwegs ist, aber also ist krass, also das Komplizierteste meinte, war halt die Bahn zu halten. Weil die hatten ja ihre Bahn und sie wollte halt halt von der Hüfte mehr so links und dann hüpfte sie immer weiter rechts, aber schon gerissen so. Sie ist Lehrerin gewesen und hat sich mehr oder minder immer so ein bisschen fit gehalten, hat halt aber irgendwie erst mit 101 ihre Leidenschaft zu laufen entdeckt. Bin ich voll geil. Ist schon, äh, ist unterstützenswert, ja. Ja, also krass, echt, wenn du die siehst, denkst du so, ja, Anfang, Mitte 70 ist die locker. Und dann liest du da und denkst, alter, okay, krass. Laufen hält die Jungen. Ja, also ich weiß auch nicht, da gibt es ja echt ein paar Beispiele, die sagen so, okay, spät angefangen und dann, ja, wenn das nicht mehr geht, dann war es das bestimmt. Aber auch Frank Elzner war doch irgendwie Anfang 70 oder sowas bei Lanz und meinte von wegen, ja, wenn ich irgendwie Termine habe, meine Schuhe sind immer dabei, ich laufe jeden Tag. Also, also, bei diesen Stadtläufen generell relativ viele Senioren unterwegs, die halt nach dem Ruhestand oder nach der Rente einfach angefangen haben zu laufen und Langstrecke ist ja was, was du auch sehr gut noch im Alter machen kannst. Die sind teilweise wirklich schnell, also durchaus auch schneller als ich zu meinen besten Zeiten, so auf 20, 20 Kilometer. Dass die dann halt einfach auch so ihren Alltag auf eine permanente Trainingsphase so auslegen können und dann halt nicht nur natürlich Lauftraining, sondern die haben dann halt Ernährung, Ruhephasen, dass die halt echt akribisch dabei sind und sagen, so, jetzt ist Schluss, Freunde, jetzt muss Fati sich hinlegen oder pumpt sich ein Eiweißriegel rein oder sowas. Ja, das ist halt, ne? Schon nice. Ja. Gut, ansonsten, ne, der hat gerade von meinem Grünbiotop hier betrachtet. Ja, Klaus hat jetzt feine kleine Kiwi-Pflanzen, Pflänzchen. Ja, die sind, die kannst du ja nachher gleich mal angucken, die sind wirklich derzeit, ich mag die gar nicht hochnehmen und irgendwo hinsetzen. Die sind noch, die sind so, also wirklich ganz klein, das ist... Feiner als Kresse. Und die sind halt in so einer, ähm, in so ein Plastikschälchen von Beeren drin, damit sie halt so ein bisschen in ihrer eigenen Atmosphäre schmoren, genau. Äh, probier's mal mit Keimmütlichkeit. Äh, ja, und meine, meine Alien-Avocado, die da so ein bisschen vor sich hin wuchert, da hab ich die Wurzeln schon einmal zurückgeschnitten. Wie, das darf man Wurzel schneiden? Ja, ja, die steht ja im Wasser, ich meine, so, die, also Mangel an Wasseraufnahme. Was passiert, die geht nicht weiter runter, sondern die geht nach rechts und links, oder was? Die Folge ist, wenn du sie einpflanzt, geht sie auch noch nicht hoch, sondern auch nach rechts und links, also... Nee, das Einpflanzt ist nochmal, da muss man sie oben zurückschneiden. Dann hat man mit Glück keinem, also, Avocados wollen wirklich einfach nur lang in die Höhe wachsen. Das, also, drüben, ich hab die jetzt zweimal zurückgeschnitten. Die alten Lümmel. Die große, und die ist halt einmal zur Seite ausgetrieben, und ansonsten sparen die sich das immer. Die andere, die ich zurückgeschnitten hab, da sah es so aus, als ob die sich gleich verzweigt, aber die hast du einfach, hat dann früher einfach Blätter bekommen. Und, ja, die werde ich halt auch mal irgendwann zurückschneiden müssen, aber da hab ich erstmal die Wurzeln geschnitten, weil die unten schon im Glas, und die steht halt so in, ja, so fünf, sechs Zentimeter Wasser, unten ans Glas gestoßen sind, und das ist ja nicht, ich mein, die muss ja irgendwann in den Topf, und das ist ja nicht Sinn der Sache. Und jetzt, man sieht aber, die hat sich oben, die Wurzeln haben sich oben schon besser verzweigt. Also, die hatte auch oben schon Zweige in den Wurzeln. Ich hab nämlich einfach nur die ganzen Wurzeln geschnitten. Brauchen die Sonne, oder kannst du die halt hier irgendwo in dein... Ja, also, da am Fenster geht's halt, aber sie in so eine Ecke in einem Raum zu stellen, ist schon schwierig. Das ist Feierabend. Ja, weiß ich nicht, also, ich mein, geht wohl auch, aber Avocado ist schon eher so eine Monstera, oder eine Glücksfeder kann man auch mal in eine helle Ecke stellen. Eine Glücksfeder? Eine Glücksfeder oder eine Friedenslilie. Ja, okay, die, aber... Wie sieht denn die Glücksfeder aus? Glücksfeder ist so ein langer Stängel, wo dunkelgrüne Blätter direkt am Stängel sitzen. Ich hab einen Pibbel. Hör auf! Es ist halt heiß, Alter. Ich merke, ich schwitze beim Sitzen. Ja, und heute ist noch ein relativ kühler Tag. Ja, also, nächste Woche... Nächste Woche habe ich ein bisschen Schiss, auch wenn sie die Temperaturen von 37, glaube ich, auf 35 runterreguliert haben für den Donnerstag in Berlin. Ja, ich glaube, bei mir waren es 36, aber halt... Ja, okay, aber das Geile ist, wenn ihr dann auf Wetterseiten und nicht jetzt von wegen Schlagzeile wetter.com oder so, sondern halt deutscher Wetterdienste, die sagen, wenn's geht, wenn sie können, machen sie nix. Gehen sie bitte auch nicht raus und sagen, ach, jetzt einfach nur mal ein bisschen kurz knackerbraun und so. Ja, typisch deutscher Sommer halt. Jetzt wo die Polkappen immer mehr schmelzen, das Grönland-Eis schon weg ist. Ja, ich hab vorhin irgendwie Bericht gesehen, WDR, über das Waldsterben in Deutschland, dank der Hitzeperiode, die wir auch schon letztes Jahr hatten. Und da haben sie gesagt von wegen, um die Lücken zu füllen, also meist sterben dann halt sowas wie Fichtenwälder weg. Die haben gesagt von wegen, dass die erstmal halt einfach keine, also die trocknen halt aus. Und das begünstigt halt auch die Population des Borkenkäfers und die normalerweise bohren die sich halt schön ein Loch in die Rinde und dann schießt der Baum seinen Lebenssaft, also seinen Harz aus und spült den quasi damit, den Käfer aus. Kann er aber gar nicht, weil er viel, so wenig Wasser hat, dass er halt das, und deswegen trocknet er aus und wird zerfressen. Und der ganze Boden ist halt so tief ausgetrocknet, dass sie gesagt haben, also ein durchschnittlicher Fichte braucht am Tag so 260 Liter Wasser. Und das müsste halt dann so im Erdreich gespeichert sein. Und dann gesagt von denen, ja, wie könnte man das aufholen? Dann hat der Förster gelacht, meinte, ja, es müsste jetzt dreiviertel Jahr am Stück regnen, dann könnte man es aufholen. Also das ist jetzt tot. Ja, das ist definitiv tot. Also es war im NRW-Bereich irgendwie, dass das halt, und dann haben sie gesagt von denen, ja, vielleicht irgendwie Alternative irgendwie zu Fichte, dass irgendwas anderes was geht, was nicht so lang, sowas wie Buch oder so. Meinst du, ja, lustig, wir haben hier jetzt irgendwie nur 30 Kilometer entfernt noch ein Buchenwerk, was ganz, ganz geringe Abnehmer hat. Fichte wird halt auch einfach angepflanzt der Verwertung wegen und nicht einfach nur von denen sieht es schön aus oder so. Wie gesagt, mittlerweile gibt es halt schon Leute, die halt ihre, weil das sind dann natürlich auch minderwertige Holze, die dann halt da irgendwie verkauft werden, weil die halt dann durchgetrocknet sind und durchgelöchert und sowas. Das nimmt dann kein Sägewerk oder ungern entgegen und die verschiffen das teilweise nach Indien und China. Und dann meint halt der CO2-Abdruck, dass dann halt die Bäume halt aus deutschen Wäldern sonst wo hin, weil es ja hier keiner haben will. Ja, also ich meine, generell, das habe ich heute auch wieder einen Artikel gelesen. Es gab ja von so einem australischen Think Tank letzte Woche oder vorletzte Woche einen Artikel, wo sie meinten. Warst du auch dabei? Leider nicht, ich muss da absagen, aus terminlichen Gründen, aber da gab es halt, genau, da gab es halt den, da hieß es halt, ja, wir haben noch ungefähr zehn Jahre, dann ist die Katastrophe da. Ja, also 2030 ist Schicht im Schacht und die meinten halt die ganzen Prognosen, die wir derzeit anstellen, so zur Klimaneutralität 2050 etc. und pp., die sind viel zu optimistisch. Also die ganzen Daten, die wir dafür heranziehen, die sind viel zu optimistisch kalkuliert. Eigentlich brauchen wir jetzt, wir reden halt von einer Mobilisierung im Stile vom Zweiten Weltkrieg. Das nur halt mit dem Klima als Gegner. Krass. Und das heißt auch, es ist halt, wenn wir jetzt unseren CO2-Abdruck reduzieren, ist es halt längst nicht damit getan. Also das reicht einfach nicht. Wir müssen massiv den Baumbestand aufstocken, weltweit, und irgendwie Wege finden, dass auf der Nordhalbkugel wieder Eis gespeichert werden kann. Oder im Himalaya, wo die Gletscher schmelzen. Und der Gletscherkreislauf ist da halt massiv verantwortlich für Trinkwasser von der ganzen Region, wo ein paar Milliarden Leute leben. Und dann habe ich gesagt, ja, also wir müssen halt auch abwegige wissenschaftliche Wege finden, wie zum Beispiel ein Riesen-Solar-Segel über der Antarktis aufspannen, um die Sonnenstrahlen zu reduzieren. Okay. Also halt so ein Quatsch muss halt passieren. Schon so ein Sci-Fiction. Ja, aber ich meine, alles andere reicht halt nicht. Und das ewige Eis ist halt wirklich in Gefahr zu schmelzen. Und da ist massiv viel Methan drin gespeichert. Okay. Weil das halt einfach seit Jahrhunderten da, oder seit Jahrtausenden wahrscheinlich, oder Jahrmillionen womöglich teilweise, da Atmosphäre gespeichert hat, die Atmosphärenzusammensetzung der Erde noch ein bisschen anders war und weniger gemütlich für uns Menschen. Und ja, also das ist halt jetzt wirklich, und wie gesagt, wir reden halt von dieser World War II-Style-Mobilization. Das ist halt jetzt angesagt. Und nicht, ja, aber also die Kohlekraftwerke müssen schon noch bis 2035 laufen, also wenn es da noch Menschen gibt. Das Geile ist ja, dass das, abgesehen vom Waldsterben, ist ja immer noch zusätzlich, weil Wälder gerodet werden für den Rott. Also, dass man denen nicht irgendwie laufend einem mit einem Holzbalken ins Gesicht schlägt, irgendwie, die darüber nachdenken, das überhaupt zu tun. Ja, es ging da auch um, wie man halt die Wälder wieder bewaldet, so. Und da haben wir gesagt, von wegen, die Wälder, die es jetzt heute total gibt, können mit dem jetzigen Klima, das halt viel zu schnell sich verändert, gar nicht mehr umgehen. Und die Wälder müssten so aussehen, wie das letzte Mal, als Deutschland Urwälder hatte. Also unberührte Wälder, wo das Einzige, was halt irgendwie die Wälder verändert hat, war halt dann irgendwie verschiedene Wetterarten sowas und nicht der Mensch. Ich meine, das ist das Einzige, was jetzt langfristig für diese Extreme jetzt irgendwie, weil Urwälder halt auch unheimlich viel Wasser speichern können. Und normale angelegte Wälder in unseren Kulturkreisen ist halt einfach... Naja, klar, ich meine, die sind angelegt, die werden dann wieder gerodet, dann kann die Sonne wieder unbeherrlich auf den Boden. Also wenn man halt mal überlegt, wie es im Schwarzwald halt teilweise aussieht, der ist ja recht dicht bewachsen. Und da gibt es ja auch wirklich unzugängliche Stellen und der ist halt einfach beschattet, durchgehend. Die haben auch gesagt, also das Schlimme ist ja, dass alle Wälder halt immer irgendwie wirtschaftlich genutzt werden. Weil sonst haben sie gesagt, könnten sie die halt irgendwie anlegen, dass sie sagen, was kann jetzt am besten klarkommen. Aber die sehen ja auch das, was dann halt wieder genutzt wird. Und was ich auch nicht wusste, dass sie gesagt haben, dass die ganzen Sägewerke schon auf Nadel oder Laub halt ausgelegt sind. Und dass man zum Beispiel, wenn man Mischwälder großwillig anlegen würde, das würde kein Sägewerk mitmachen, weil es gibt nur einheitlich Nadelholz-Sägewerke oder... Und dann, wenn man guckt, wie viel Holz beim Bau weggeworfen wird. Ja, ich meine, also generell, wie wir bauen, ist ja auch massiv gescheuert. Ja, genau. Ich meine, das ist ja noch, das Holz ist ja das geringste Problem davon. Aber trotzdem, also ich meine, alleine das, es gibt halt in Berlin so einen trendigen Möbelhersteller, Kentholz, die halt einfach nur... Klar, Kentholz. Genau so. Die einfach nur recyceltes Bauholz nehmen für Tische und Möbel etc. Die haben von dir geklaut. Eben. Die nehmen halt einfach extrem hohe Preise. Ja, ich meine, alles, was du da stehen hast, würde bestimmt auch ein paar Hundert Euro kosten. Ja, ja, mindestens. Die haben so einen Esstisch, der ähnlich aussieht für ein paar Tausend, glaube ich. Okay, ja. Aber ich meine, klar, das ist halt auch noch so ein Prestigeding, aber ich meine, vom Prinzip her natürlich richtig, das aussortierte Bauholz einmal drüber zu schleifen, zu ölen und dann kannst du ein Möbelstück daraus bauen. Ja, ist eh so Wahnsinn, ne? Also ich meine, klar ist ein bisschen totgehypt, so die ganze Europaletten-Geschichte, aber generell hat die halt einfach so eine lange Halbwertszeit. Und auch wenn die quasi nicht mehr ihre, was trägt eine? Vier Tonnen. Vier Tonnen. Vier oder fünf Tonnen, also je nachdem. Und halt eine Tonne auf Punkt. Ja, und wenn das halt nicht mehr der Fall ist, dann werden die ja halt, okay, mittlerweile, weil es der Trend ist, recyceln oder upcycelt oder sowas. Aber ich meine, es gibt bestimmt noch etliche, die halt einfach geschreddert und weg damit so. Ja, natürlich. Oder beziehungsweise allgemeine Bauabfälle werden halt auch nicht getrennt. Du siehst ja bei den Großen, da ist halt ein Container. Ja. Und du weißt ja auch, dass sie nicht irgendwo hinführen und sagen, das sortieren wir mal aus. Ja, scheiß drauf. So fertig. Ja, vor allem, ich meine, das ist im aller, allerschlimmsten Fall, das ist Holz, was nur Hitze behandelt ist. Und also das kann halt auch für einen Kamin oder zum Brand behandeln, also für Feuer benutzen. Also es ist normales Feuerholz, mal abgesehen von den Nägeln. Aber ja. Ja. Gut. Was hast du eigentlich so letzte Woche gemacht? Also wir haben es jetzt ja ein paar Tage nicht gesehen. Stimmt, du warst ja in deinem neuen Outfit unterwegs. Ja, ne, neu. Ich hatte es letztens auch schon einen, aber für euch. Aber ich habe es ja erst mal gesehen, in diesem heißen, kurzärmeligen Hemd. Ja, das war das Gute. Ich hatte ja dann noch andere Monate gedreht, da durfte ich jetzt bei 40 Grad mit langen Hemd, Weste und Sakko. Und ich möchte mal sagen, da waren sehr viel Textilfaser drin. Also ich war die kleine Schwitzwurst, die alle drei Minuten abgetupft wurde. Der Transpirator ist zurück. Ja, das auf jeden Fall. Also sie haben schon überlegt, wirklich überlegt beim Drehen hier hinten das Hemd aufzuschneiden. Was sie gesagt haben, von wegen, ja, weiß nicht, ob wir da einfach nur ein Handtuch reinlegen oder so. So eine Prozessor, so Prozessorlüfter. Ja, ist ja ein bisschen dumm für den Ton. Ja, die kannst du immer, immer, wenn der Take vorbei ist. Warum ist der da hinten so ausgebeult, sag mal. Godzilla habe ich gesehen. Godzilla. Du hast auch so gesehen, alter Mann. Und taucht er wieder auf? Ich wollte gerade sagen, Vincent Cassel, aber es ist ja Jean Reno gewesen. Nein, es ist auch, es basiert nicht auf diesem Scheißfilm, sondern auf dem, es ist die Fortsetzung von dem 2014er Godzilla mit Bryan Cranston, Walter White aus Breaking Bad. Ja, 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 aber ich habe den nicht gesehen. Er ist auf Netflix. Der ist okay. Fallout ist bei Prime. Echt? Ist kein Jahr her, dass ich den in Schottland im Kino gesehen habe. Leck mich am Arsch. Die Toiletten-Szene würde ich gerne nochmal sehen. Ja, die ist ja relativ am Anfang. Ja. Ja. So gut. Ja, ja, ja. Also der Stuntman, der halt einfach die so platt macht. Das und halt, der ist aber so ein guter Film auch. Also ich finde den auch, den davor habe ich gesehen auf Netflix. Ja. Wo heißt der denn? Rogue Nation? Ja. Ja, war okay. War schon behaltsam. Also der ist auch super lang, ne? Mit zwei Stunden viele, 27 oder 23. Habe ich gestern gedacht, krass. Aber es halt, also es wird nicht langweilig, weil er so viele Parts hat. Mhm. Ja, und es hat immer so ein guter Action-Anteil. Ja, auch mit diesem ganzen Hintergrundwissen, dass man so weiß, wie heißt der mal Superman? Henry Cavill. Henry Cavill, der mit seinem Oberlippenbärzchen da, wo sie den irgendwann so wegritischiert haben, weil er parallel gedreht hat. War das die Geschichte? Ja, weil sie für Justice League so viel nachdrehen mussten und dann gab es den Schnurrbart-Streit zwischen Paramount und Warner Brothers. Und dass er halt irgendwie bis dato gar keinen Motorradführerschein hatte und in sieben Tagen einen Stunt-Motorradführerschein oder Stunt-Motorradfahren gelernt hat. Bald nicht mehr notwendig in Deutschland, da reicht R1 zum Motorradfahren. Scheuer, ey, diese alte Nutte. Das gibt's gar nicht, wie dumm der Affe ist. Also jeder sagt von wegen, ja. Ja, komm, da muss ich jetzt auch keinen Führerschein machen, da warte ich noch zwei Jahre, da brauchst du gar keinen Führerschein mehr, um hier irgendwas zu fahren. Ey, ich hoffe, bis dahin sind wir eingewiesen, ey. Wir müssen ja auch so ein bisschen die Autoindustrie unterstützen, sag ich mal. Ja, hat da irgendwie, kam das daher, dass irgendwer gesagt hat und wir die Käufe werden stagnieren? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und wenn du halt sagst, jeder darf fahren, dann kaufen wir mehr Mopeds oder was? Ich hab keine Ahnung. Also einer der Kommentare, den ich gelesen habe, hieß halt, naja, also du sparst ja CO2 in Anführungszeichen, wenn du alleine auf dem Motorrad fährst, also wenn du alleine überall im Auto unterwegs bist. Kommt echt auf die Maschine an. Ah, das, genau. Also ich meine, wenn du jetzt so ein Hybrid oder ein Elektroauto oder irgendwas anderes Neueres fährst, im Vergleich zu so einer alten röhrenden Harley. Ja, oder, also ich würde sogar sagen, meine Honda 750, die kann mit einem modernen Mittelklasse-Fahrzeug schwer anstehen oder ungefähr gleich. Also da bin ich mal schnell bei acht Liter, wenn ich in der Stadt rumeier. Und halt Leute, die einfach in ihrem Leben noch nie Motorrad gefahren sind, sollen sich auf dem Motorrad... Also das ganze Schaltestream, die ganze Physik, alles. Genau, die Umsicht beim Fahren ist ja eine ganz andere, als wenn du in deinem Käfig im Auto sitzt. Du siehst ja halt alleine die ganzen Autofahrer, die noch den alten Lappen haben und dann halt einfach mal einen M- oder einen Q-Roller fahren. Wird die steif und sonst was, wo du merkst, wo du denkst, wow, das ist eine ganz andere Sache und die legen sich in keine Kurve rein. Die denken von wegen, ja, die Sicherheit ist wie bei vier Rädern, allerdings Roller haben kleine Räder auf zwei verteilt. Ist das echt blöd im Vergleich zum Motorrad, die große Räder haben, ein bisschen mehr Stabilität. Den Unterschied der Fahrphysik merkt man bei Mario Kart. Ja, genau. Aber das ist halt echt krass, wie die... Die können dann bald die Leute vom elektrischen Tretroller holen. Dass der alles sagen darf, einfach mal so. Das ist so eine Jump-Fähigkeit. Wie kamen wir denn jetzt darauf? Do we have war on Iran? You will see. I don't know. You will see. I don't want to spoil it. Tune in next week. Das ist eine neue Rallye, wo sie gesagt haben, die Musik, die Einlaufmusik ist gleich, die Schilder sind gleich. Das Thema ist gleich, look her up. Cooking Hillary. Was ist mit ihren E-Mails? Nobody ever looked into her E-Mails. Aber geil auch, oder? Dieser komische Interview-Scheiß, als der Typ dann angefangen hat zu husten. Ja. Und er ihn rausgeschickt hat von wegen... Unglaublich. Unglaublich. Er hustet hier in meinem Interview. Vor allem, er labert ja schon so einen inkohärenten Schwachsinn, wird nochmal gefragt und redet in dem gleichen unzusammenhängenden Ton weiter. Hast du das gesehen, als wir im Auto in der Limousine waren und er wollte während der Fahrt raus, weil er gemerkt hat, die Fragen kann ich mir beantworten und es ist Schwachsinn? Wer war denn das? Ich glaube, bei Steve Colbert, da hat er ihn halt irgendwie genau festgenagelt, warum er halt dann auf gewisse Sachen halt nicht irgendwie live antworten möchte. Und ja, habe ich doch... Nee, haben sie ja nachweislich gar nicht gemacht. Und okay, stopp hier, stopp hier. Und dann während der Fassis wieder die Tür aufreißt. Da sind halt irgendwie gerollt. Und dann war halt gleich die Annahme, dass er wie so ein seniler Grand-Paar halt irgendwie rausrollt. So klick, 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 bevor er sich... Das wäre aber ein guter Weg aus dem Interview zu kommen, einfach rauszuspringen und sich wegzurollen. Auf der Autobahn. Ja, war dann wie... Oder wie sie jetzt gesagt haben bei... Das war Seth Meyers, als er bei Fox News war und dann im Interview... Und er hat die ganze Zeit gesabbelt. Ach ja, ey. Wo sie gesagt haben, das ist wie der alte Onkel, der senil anruft, ihn wird nur weitergereicht. Sie hat Geburtstag, ja, great, great, super. Und dann hat er gesagt, okay, okay, stopp, stopp hier. Ja, ja, danke Mr. Trump, danke. Aber muss ich auch noch... Ja. Hattest du eigentlich schon, wenn ich gerade so in Richtung schaue, hattest du schon das X-Latics-Oberteil an? Ja. Das ist gut, ne? Voll gut. Ich habe ein Training gehabt, voll geil. Also das Geile ist halt so, oben Hals schnürt nicht ein, aber dennoch ist halt alles so bis zur Brust so formschnittig und dann fällt es schön, dass man halt nicht komplett kleben muss. Ja, und auch, also, schönes Material. Nee, fällt groß aus, hieß das diesmal. Ach so, okay. Ja, das ja... Ja, fällt halt normal aus. Also nicht wie die anderen X-Latics-Tüten, die halt alle so drei Größen zu klein waren. Aber das Beste ist immer noch das erste, das zweite Tough Mudder. Dieses alte, harte Plastik-Ding, was nur an der Brust schrubbert. Ich, ja, ich überlege auch, wie ich das einfach mal entsorge. Das ist halt, also wirklich, also, zur Erklärung, das ist halt so einen klebrigen Flock vorne, aber wirklich großflächig. Wie die 90er ersten Mesh-Material. Ja, genau, und ist zusätzlich auch so ein ganz komisches Mesh-Material. Also, es ist mega kurz und eng. Und das Geile ist, dass dieser aufgeflockte Druck, dass der durchgeht und spitzkantig irgendwie auf der anderen Seite ausgehärtet ist oder so. Das heißt, wenn du dich ordentlich bewegst, dann im unnötigsten Fall dir irgendwie an den Nippeln reibst. Nee, also das X-Latics-Shirt hieß mal echt... Ja, aber es war auch der beste Lauf für mich, fand ich. Also, unterhaltsam, also herausfordernd, war definitiv der letzte, äh, vorletzte. Das war ja härter, aber der war auch länger, ne? 22 Kilometer oder so. Ja, also, die letzten beiden waren, glaube ich, länger. Also, siehst du mal, war es wirklich die kürzere Variante, weiß ich auch, weil ich halt echt nicht in Form war. Ja, wir waren ja alle so, also dafür... Ja, aber ich hatte ja den Sonnenstich davor und am Freitag, also am Freitag direkt davor, als ich klettern war. Das war schon echt kritisch. Also, da war ich morgens noch richtig neben der Spur. Ja. Ja, sollen wir langsam zur Frage kommen? Aber wir sind ja erst 20 Minuten dabei. Das ist die Frage, was wir für eine Frage haben. Ich bin ja auch mit dran, ne? Ja. Ja, also hast du bestimmt gerade, ich hole mal kurz aus in den Nachrichten, das mit, äh, Sommeroi gesehen oder gelesen, der norwegischen Insel mit den 350 Bewohnern, die, äh, naja, wahrscheinlich alle einheitlich, aber, äh, irgendwie hat er so eine Kampagne gestartet, wo viele sagen, yo, weil denen ist ja ein halbes Jahr Sonne, äh, Quatschtag und dann ein halbes Jahr Nacht. Und, äh, da haben wir gesagt von denen, ja, wir wollen die Zeit abschaffen. Das ist totaler Quatsch, weil dann orientiert man sich immer an irgendwelche Uhrzeiten, die man gar nicht nutzen braucht. Ja. Und, äh, die haben sogar, äh, irgendwie so eine kleine Dorfbrücke oder, äh, Dorfinselbrücke und, äh, da haben sie, äh, nicht irgendwelche verliebten Schlösser oder sowas und sind ihre ganzen Armbanduhren dran geknotet. Und, äh, um das zu demonstrieren, dass es totaler Käse ist. Und die Kinder halt nachts um zwölf spielen die Fußball oder sowas. Ja, ja, ja. Meine Frage ist, ein bisschen mal, ein bisschen ausgereizter, was würde passieren, wenn Klaus und Dirk die Zeit abschaffen würden? Wenn wir sie abschaffen. Ja. Für alle. Ja, also wir sind so der Kern. Ich weiß jetzt nicht, ob es alle wissen müssen, aber, also generell, ne, alles läuft weiter, bloß wir, es gibt keine zeitliche Orientierung mehr. Also erstmal, ich glaube, wir würden uns nicht mehr sehen, weil wir immer dann schlafen würden, wenn der andere wach ist. Naja, also mein, ich schlafe nicht mehr bis zwölf, eins, drei oder so. Ja, wegen der Zeit. Ja, aber man hat doch, der Rhythmus wäre gleich, so. Ja, 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 bei uns halt genau gegensätzlich und man zwingt sich ja dann häufig dazu, ich ein bisschen länger im Bett zu bleiben, du dazu ein bisschen früher aufzustellen. Entweder hast du hier eine Zeitschaltuhr, das ist Dortmund, aber wenn ich nachts irgendwie Zähne putze oder kurz schlafen gehe, dann sehe ich hier noch das Feuer von Mordor aus deiner Ecke leuchten und das war früher nicht der Fall. One does not simply walk into Mordor. Und jetzt ist es, dass du schon ein bisschen länger wach bleibst. War früher auch nicht der Fall, weil ich alleine im kompletten Dunkeln fernsehe. Achso, aber du warst doch trotzdem nicht so lange wach, du bist doch früher bis elf wach geblieben und nicht bis eins. Möglich. Was seltsam ist, weil Dortmund auch früh ins Bett geht und früh aufsteht. Ach, du bist ja immer der Initiator, der so lange wach bleibt jetzt immer? Ja, mal so, mal so. Ja, es ist halt, wenn man sich ein bisschen später sieht und dann einfach noch einen Film anschmeißt, dann wird es halt schnell mal zwölf. Und dann... Ah, mehr als zwölf. Ja, aber dann lässt du das Licht noch an, postet die Zähne und dann machst du dann alles fertig. Ja, aber ohne Zeit. Was wir, wenn wir die Zeit abschaffen würden. Also... Es gibt ja genau die kleinen Probleme, die du schon angesprochen hast. Woran orientiert man sich? Also, sagt man, wenn die Sonne ganz oben steht... Ja, also sich mit anderen Leuten zu treffen, das ist, glaube ich, ein richtiger Albtraum. Ich habe mich gefragt, es sind zwar nur 350 Leute auf Summer Roy oder wie es ausgesprochen wird, aber genau das, also die haben ja halt auch einen Alltag und die sind ja nicht alle... Die Kinder müssen ja irgendwann einheitlich zur Schule, also damit der Lehrer eine ganze Klasse hat. Ja. Und dann fährt er dann einmal mit einer Bimmel wie der Eismann durchs Dorf? Also das kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es halt schon vielleicht eine Uhr gibt und das ist vielleicht die Kirchenuhr oder sowas. Ja. Und das gab es ja auch, glaube ich, früher, würde ich mal behaupten, so, dass die eine der ersten Uhren, die im Dorf so vorzeigbar waren... Eine der ersten Huren, die im Dorf vorzeigbar waren. Waren Kirchenhuren. Ja. Praise! Was auch immer, vielleicht fühlen wir das nicht weiter aus. Tja, tja. Ja, dass der halt vielleicht bimmelt zum... Aber geil ist, der bimmelt ja dann immer. Das heißt, der bimmelt dann zum Unterricht, der bimmelt zum Gottesdienst, der bimmelt zum Umzug, keine Ahnung. Und dann kommst du halt dann gerade mit deinen Schulsachen und denkst, ach, heute ist es auf, ich habe die falschen Wachen dabei. Das ist halt echt schwierig, ne? Also ich meine, ja, ich verstehe es schon aus dem Punkt, dass die Organisation allein in Wochentage basiert ja darauf, dass die Sonne auf und unter geht. Also ansonsten kannst du ja keinen Tag organisieren. Dann ist natürlich, ja, ist Makulatur, ob jetzt Mittwoch oder Donnerstag ist, wenn die Sonne nicht gesunden ist. Ich frage mich eh, wie die so drauf sind. Also ob die halt in ihren, sage ich mal, Tagmonaten voll abdrehen. Und weil die ja gerade quasi lange Nacht hatten. Und wenn die dann ein halbes Jahr Nacht haben, ob die dann richtig das Klassische, was man immer hört in den nordischen Ländern. Ja, Selbstmord gefährdet werden. Selbstmord, sehr viel Alkohol, depressiv, bla. Also ich weiß nicht. Oder ob die mittlerweile alle UV-Lampen zu Hause haben. Also sehr sicher sogar. Aber ich, also erst mal beeindruckend, dass Menschen das überhaupt besiedelt haben. diese Region. Aber das gibt es ja generell. Ja, ja, klar. In so einer Hitze, in so einer Kälte. Ja, ja, genau. Aber hat der ja... Hörmann gewöhnt sich dran. So ein paar Leute bringen sich halt um in den sechs Monaten Nacht. Dann wie bei 30 Days of Night bekommen wir ständig Besuch von Vampiren. Also da beeindruckend. Ich würde, also meine Gegenthese wäre eigentlich, gerade wenn die ganze Zeit Tag ist, brauchst du doch eine feste Uhrzeit. Dass du sagst, jetzt mache ich alles dunkel und schlafe. Genau. Ich brauche Rhythmus. Und dass das ganze Dorf halt irgendwie weiß, wann der Bäcker aufmacht. Weil du kannst eigentlich sagen, der Bäcker macht eine Stunde. Ja, wenn die Kischenglocke läutet. Eine Stunde vor. Ja, dann kann auch jeder eine Uhr zu Hause haben. Also dann die Uhrzeit abzuschaffen ist dann jeder... Dann macht doch jeder, was er will. Alle leben so ein bisschen aneinander vorbei. Vielleicht macht dann das Thema zur selben Uhrzeit auf. Sondern er macht sie auf, wenn die Bäckerglocke läutet. Ich bin da! Ja, aber wenn du gerade schläfst, wenn der Bäcker aufmacht. Ja, dann schlaf nicht. Ist doch eh Tag. Ich hab nie gekämpft. Meiner Meinung nach endet das bald in absolutem Chaos. Und das ganze Dorf bringt. Also ich glaube, da hätten wir eher Glück, dass wir uns einfach an den Tageszeiten orientieren können. Dass du sagst, naja, die Sonne geht auf. Du stehst dann halt irgendwann auf. Ja. Und weißt halt ungefähr, solange die Sonne scheint, kannst du sicher überall einkaufen. Aber ich glaube, also ich würde maximal noch erkennen, Sonnenaufgang, Sonne steht oben, Sonnenuntergang. Ja. Wenn der 16 Uhr ist oder sowas. Wir können hier diese klassische Pfadfinder-Fingerregel machen, die kein Mensch richtig anwenden kann hier in unserem Breitengraden. Hang loose oder was? Nee, du nimmst irgendwie die Finger zum Horizont. Und dann misst du die Distanz zur Sonne. Ja, am Berlin-Horizont ist ein bisschen schwer. Ja, ist generell ein bisschen schwer. Häuser mal weg, mal weg. Jetzt mal alle kurz weg. Ja, und am wolkigen Tag hast du eh verloren. Ja. Ja, aber ich meine, klar, wir wüssten zumindest, wie gesagt, die Sonne scheint, du kannst zu Lidl gehen. Genau, wie sähe denn irgendwie dein oder unser Alltag aus, wenn du keine Uhrzeit zum Greifen hättest? Und wüsstest du halt auch, du brauchst dich auf nichts orientieren. Oder vielleicht haben dich dann gewisse Sachen irgendwie orientiert an Vormittags geöffnet. Wollen wir einkaufen gehen in zwei Folgen BoJack Horseman? So, zum Beispiel. Das Geile ist, es würde auch bei jedem Film, YouTube, blablabla, es würde kein Timer sein. Ja. Es würde halt einfach nur dran stehen. Es ist nur die Fortschrittsanzeige zu sehen. Oh Gott. Ja, und bei YouTube würde dran stehen, wenn du vorher guckst, kurzes Video. Nicht so lang, ganz schön lang. Super, ja. Und dann wäre es halt auch eine ganz unheimlich subjektive Einteilung. Wir sind in so einer Welt ohne Mathematik gefangen. Ja, das ist doch, das hasst doch jeder rational denkende Mensch wahrscheinlich. Ja, in welchem Stock wohnen Sie denn? Ja, der ganz oben, aber nicht ganz oben. Wo ist ja Montag, Montag muss ich ja am Flughafen sein, so ungefähr auf halber Strecke. Zwischen Sonne geht unter und Sonne steht auf ihrem Höhepunkt. Die Sache ist ja auch, du musst ja, also, na okay, das könnte ja noch digital gemessen werden, die Tage. Weil sonst hätte ich gesagt, du bist ja immer ganz nervöser und musst sofort, wenn du merkst, das Licht verändert sich. Das ist irgendwie definitiv noch sowas wie aufgehende Sonne, dass du ankreuz an deiner Tapete, neuer Tag. Ja, das hat auch nichts von paranoidem Wahnsinn, wenn du einfach in deine Tapete reinritzt. Ich würde es in meinen Armen machen, Memento-Style, down answer the phone, irgendwie sowas. Naja, ich meine, okay, also wach, aufwachen, du hast ja auch einen Rhythmus oder hast du jetzt mal einen Wecker? Ne, ich habe einen Rhythmus, ich bin die meiste Zeit ohne Wecker unterwegs. Rhythmus, Rhythmus de la noche. Ne, also ich werde halt so, also gerade jetzt im Sommer meistens gegen halb sieben, sieben wach. So. So, und dann abends, ja, so zwölf, plus minus, ist Feierabend. Plus. Ja, und dann vielleicht mal an einem müßigen Tag ein Mittagsschläfchen. Oh, der feine Grandpa. Du musst mir nur definitiv abgewöhnen, das hier auf diesem kleinen Sofa zu machen, auf dem ich, weil dann hängen meine Beine immer runter und meine Knie werden in die falsche Richtung durchgedrückt. Aber das merke ich, wenn ich mich nicht richtig in die Hängematte lege, einfach nur so beim Fernsehen so einpimmel und dann hast du das Gefühl, mein Kniegelenk biegt sich zur anderen Seite so aus. Und ich fache auf und habe so zwei Bögen runter unter mir liegen. Das ist auch echt super. Und manchmal habe ich so am nächsten Tag so, ach, ich habe so Knieschmerzen, das habe ich gestern gemacht. Ja, mein Physiotherapeut meinte ja damals halt von dem, Alter, deine Knie ist schon irgendwie gut ausgeschlagen. So was? Ja, ey, guck mal, was ich mit deinem Gelenk machen kann. Du holst dann irgendwie so ein altes, geöltes Leinenseil und wolltest spannen. Aber ich würde jetzt mal sagen, bei dir so um zwei, drei Stunden verzügt. Also natürlich, glaube ich, würde ich so um neun Uhr aufwachen mittlerweile. Also sagen wir mal so zwei Stunden und dann wahrscheinlich so gegen zwei, drei einschlafen. Nein, nein, ich versuche das jetzt immer so vor zwei zu halten. Ja, aber das weißt du dann ja nicht mehr. Man hat also diese Fähigkeit halt auch irgendwie, dass dann so Matsch im Kopf wird. Und das ist meist dann so über den Zeitpunkt hinaus, dass man denkt, ach, scheiße. Und dann guckst du auf die Uhr und dann hast du dich mit sowas wie Instagram oder sowas oder YouTube. Es sind ja meist diese Haufen an kleinen Scheiß. Ja, genau, so inkrementelle Zeitfesten. Inkrementell heißt das? Ja, also wenn du in ganz kleinen Butzeln, in ganz kleinen Einheiten deine Zeit verschwendest zum Beispiel. Das ist inkrementell. Oder inkrementelle Arbeit ist, wenn du halt ganz viele Jobs hast für einen Euro, von denen du halt 20 in der Stunde machst. Klingt so französisch. Inkrementell. Hätte er Latein gesagt? Ja, ja, bestimmt. Aber wie es inkreuliert. Ja, 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 aber. Ja, genau. Und da verliebt man sich ja, ne? Weil so irgendwie, gestern habe ich gedacht, ja, hier nach dem, ja, lies jetzt mal. Ich mache so eine P, der P, der schreibt gerade. Ja, das ist ja auch noch so ein Thema. Ja, also 14.30 können wir abwarten. Ich bin, ich, wenn du willst. Er hat noch, also das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, hatte er zu Brownie gesagt, wir verschieben es. Und das war so mein Stand. Da dachte ich, gut. Ja, ich, also. Und dann gucke ich rein und sehe halt die ganzen Gags von wegen von Brownie und Philippe und dachte ich, ja gut, der Standard passiert hier. Bin wieder draußen. Und dann sagst du vorhin, ja, was ist? Und da dachte ich, wie, was ist? Ja, also überlegst du dir. Überlegst du dir? Das ist typisch alles. Wenn du noch Zeit hast. Ja, naja, sicher. Also ich fange auf. Wenn die in der Streitgruppe entstehen, sind immer dann plötzlich, ja, passiert doch. Ja, weh, war, äh. Ich möchte nicht so viel lieb sein, der Sachen umplant, um sie dann mir zu zerreißen und alles dafür tut, dass der Brownie gesieht. Ja, grob geplant wollte ich trainieren, aber ich weiß ja nicht, wie lange das überhaupt ist. Ich weiß nicht, das ist ein Dreilochplatz, also das ist der Dreilochübungsplatz. Ja, aber es wurde gar nichts. Wie teuer ist das? 10 Euro in Panko. Wo? Da. Das können wir ja gleich, das ist am ersten Punkt auf Panko. Peter kann uns auch mal erstmal mitnehmen. Muss man irgendwas besonders kleiden, tragen? Nee, also ich wollte die Hose hier, die ich gerade trage, Sonnencreme und mein T-Shirt. So, gut ist. Also es gibt keine Vorgaben von wegen, wir brauchen einen Kragen oder wir müssen einen Ärmel haben oder sowas. Okay. Egal, können wir jetzt hier laut überlegen. Das ist auch für euch spannend. Ja, wo hingen wir denn gerade? Also, ja, da verliert man seine Zeit abends. Ja. Okay. Also Einschlafzeit. Man wacht dann halt auf und frühstückt dann. Und das hat ja immer, das hat das so lange gemacht, dass man immer so einen groben, also ich habe da immer einen groben Dings im Kopf, wenn ich Zeit habe, weil ich fertig bin, gemütlich. Ja, also eigentlich, naja, ich glaube sowas wie Einkaufen. Die Sache ist bloß, man könnte ja vorher schon, man weiß von wegen, ich brauche für Dinge länger. Achso, du bist ja zwischendurch dann schon wieder schreiben bei Yuki. Ja, genau, ja. Also ich bin halt, dann habe ich meinen klassischen Job halt, nämlich täglich mal... Texten. Ja, wie lange mache ich das? Ja, ich würde so sagen so ungefähr knapp zwei von den Black Mirror Folgen der neuen Staffel. Das sind 25 Minuten immer, oder was? Nee, Black Mirror. Ja, sind die nicht? Nee, 67 Minuten. Achso. Also knapp. Ja. So ein bisschen, ein bisschen drunter. Ich bin nicht die Frau. Ich bin auch nicht die Frau. Können beide der Eisbär sein. Meine Frage dazu ist eigentlich, wer würde, wir reden jetzt über die neue Staffel Black Mirror, also Spoiler. Also die ersten beiden fand ich super, die Folgen und die mit Katy Perry oder was? Ich mochte die dritte total gerne. Die Katy Perry. Weil es ist Miley Cyrus, aber wir können ja mal... Ich wusste gar nicht, wer das ist. Chronologisch. Ich mochte ihre Stimme. Wer würde dieses Kampfspiel noch spielen zum Kämpfen, wenn man daran Sex haben kann? Antwort, niemand. Das wäre nur noch ein Sex-Simulator. Ja, ich meine, aber die Figuren können ja halt auch alle so eine Superphysik. Also es wäre schon mal geil zu sehen, wie du als Panda plötzlich springst oder Polarbär plötzlich rumspringst und irgendwelche Laserdinger. Ja, klar, aber wie gesagt, wenn du daran Sex haben kannst, wird ein Großteil der Menschen online das nicht mehr zum Kämpfen benutzen. Aber ich glaube, weil Sex und Gewalt dicht aneinander ist, dass gerne so eine Kombination passiert, dass der eine versucht, seinen Gegner zu poppen und dann reichst du ihnen den Kopf dabei ab oder so. Das ist halt echt perverse Fantasien. Oder in so einem Safe Space für BDSM-Spiele. Ja, ich glaube, da ertappen sich dann viele plötzlich, dass sie sagen, wow, ich bin krank. Oder was ist krank, wenn man es digital auslebt? Ach, ich weiß. Interessante Folge, weil es halt beides eigentlich so klassische Macho-Typen sind. Aber was ich voll, fandst du beide? Na ja, auch. Okay, am Anfang war der eine, hat sich dann so mit seiner Freundin dieses Spiel da, aber ich fand dann, also später hat er sich krass konservativ entwickelt und zurück so. Und der andere war halt dieses Freilebende, der sich eigentlich immer nur gesucht hat, abgelehnt hat. Ich meine auch die Typen der Schauspieler, also nicht die Figuren. Ach so, ja. Also sowohl Anthony Mackie, der die Hauptrolle gespielt hat, der Falcon ist, also der von Captain America, als auch der andere, der hat bei Aquaman, glaube ich, mitgespielt, als beide halt so klassische Actionherden sind. Aber es ist eh mittlerweile krass, welche Leute da mitspielen, ne? Wenn du überlegst, in den ersten Folgen. Total. Also, aber in der zweiten Staffel fing das auch schon an. Also da waren sehr namhafte britische Schauspieler dabei. Was war denn die zweite? Die zweite war die, was war denn die zweite? Striking Vipers war die erste. Ah, die mit Andrew Scott, mit Moriarty. Ja, oh, Alter. Da habe ich aber auch geheult. Toe for Grace aus der 70s Show. Ja, ja, ja. Also was ich so geil fand, weil das halt, also generell fand ich diese Staffel gut, weil die nicht so anklagend ist. Was ich immer so anstrengend fand bei Black Mirror ist immer so, ihr seid schuld, genau das passiert. Die endet ja auch, also sind ja eigentlich alle Folgen positiv. Diese? Diese Staffel? Ja. Mehr oder minder? Aber hat Moriarty sich nicht umgebracht? Das ist die Frage, ja, die endet zwar so, aber ich meine, der CEO von der Tech-Firma ist halt auch einsichtig, was das angeht. Ist das nicht die 70s Show? Genau, Toe for Grace. Das ist aber auch eine geile Figur. Also wie der halt da in seinem tiny Haus irgendwo im Fernhab von allem. Digital Detox ist. Und das dann irgendwie zwei Tage durchhält oder einen Tag. Ja, ja. Und dann halt auch flirtet mit der Assistentin, diese kleine Side-Story so. Ja, ja, ja. Echt gut. Aber wir schweifen ab. Genau, und die dritte Folge, was nicht ganz interessant war, dass es halt eigentlich so ein Disney-Nachmittagsfilm war. Nur halt in der Black Mirror-Version. Okay. Also halt diese ganzen Lindsay-Lowen-Filme und so. Es geht um Popstar, die von ihrem Manager ausgenutzt wird. Und die Hauptfigur ist mit ihrer großen Schwester, mit der sie sich nicht versteht. Mit dem, die Mutter verstorben, mit dem Vater, der so einen seltsamen Job hat, in eine neue Stadt gezogen. Also dann gehen sie halt auf so ein Road-Trip-Abenteuer. Und es hat eigentlich nur die Black Mirror-Version davon. Und das fand ich halt interessant, was diesen Genre-Mix angeht. Aber gut, ja, wir schweifen ab. So, keine Zeit. Keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Ja, also ich glaube, es würde, falls wir uns dann so treffen und sowas machen würden, wie einkaufen oder trainieren, darauf hinauslaufen, dass man oft Lehrgänge macht. Also nicht Lehrgänge in dem Sinne, um was zu lernen, sondern mehr, um leer irgendwo hinzulaufen. Und zwar, da du ja, sagen wir mal immer, also du bist früher wach, aber ich weiß nicht genau, ob du schreibst oder nicht. Das heißt, ich würde loslaufen und klingeln. Und dann bist du entweder bei Jucki. Ehrlich, die Frage ist, haben wir doch ein Telefon? Ach, scheiße, stimmt, bin ich blöd. Was nur einfach keine Zeit mehr anzeigt, sondern ein Fragezeichen, wenn man draufklickt. Naja, beziehungsweise ist gar nichts drauf. Ja. Es gab keine Ahnung. Aber genau, ich glaube, das, was du total hast, zu telefonieren oder würdest permanent Textnachrichten kriegen, wo du denn bist und ob du jetzt Zeit hast. Ach. Ja, wundervoll. Ja, sowas halt. Ja, 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 ja. So, jetzt? Nein. Wann dann? Später? Oder ganz spät? Oder heute nicht mehr? Ja, das klingt alles nach einem absoluten Alpt. Traum für mich. Ich habe, also, ja, der Gedanke war auch dann, was das für Gesellschaft so bedeutet. Also diese, es gibt ja mehr Leute in festen Jobs, die halt einfach so auf Zeit gebunden sind. Also ich meine, es gibt ja viele, viele Büros führen ja auch immer mehr Gleitzeit ein. Wenn sie es... Aber du hast geguckt, du hast geguckt. Ja. Mach den nicht, mach den nicht. Ja, mach den nicht. Aber ich meine, es gibt halt auch Jobs, die darauf angewiesen sind, dass da halt alle Punkte... Du kannst ja als... OP ist morgen früh. Wann? Morgen früh. Ja, als Bahnfahrer. Oder halt in so wirklich so lebenswichtigen Jobs. Da kommen so eine S-Bahn, die alle, wenn es heißt drei bis fünf Minuten kommt, dann kommt die halt auch alle bis drei bis fünf. Ja, aber dann muss halt auch jemand die Nachtschicht machen. Die Frage ist, ist es halt noch so beliebt, wenn es keine Zeit gibt? Oder du kriegst dann halt die Schicht... Bei Sonnenuntergang musst du am Hauptbahnhof sein, Dörtrich. Dörtrich. Der alte Iltis-Name. Ja, aber... Ja, also man hätte sicherlich viele Lehrgänge, wo du halt irgendwo hingehst und die haben halt einfach zu. Also auch einen Laden. Ja, oder du rufst halt jeden scheiß Laden an. Oder hast du im Internet, siehst du halt nur noch, dann statt Öffnungszeiten, jetzt gerade offen. Ja, genau. Ja, aber das siehst du ja auch bei, ich gebe ja diese Öffnungszeiten.de oder sowas. Da siehst du halt immer die Laden, den Laden, Öffnungszeiten und dann halt auch mal ganz grün aktuell geöffnet oder sowas. Und ich glaube, das wäre dann halt, das wäre eine der meistgenutzten Apps, dass du halt einfach nur noch siehst, oder es wäre halt natürlich integriert in Google Maps oder sonst was, dass du einfach nur siehst, dieses öffentliche Gebäude oder Laden oder sonst was ist ja offen, ist ja nicht. Geil wäre es dann für Reservierung. Wann wollen Sie kommen? Das klingt so ein bisschen wie whattimeisit.com. Die Website, die BoJack Horseman Serie gesponsert hat. Whattimeisit.com. Okay. Du kannst auf die Seite gehen und dann zeigt sie dir an, wie spät es ist. Ja, aber ich meine, wie wäre das denn? Ja, aber ich klinge, wie alles machbar. Also wie kämpfst du denn noch zum Krav Maga und wann? Naja, das Geile ist ja auch, ich wüsste die Tage und ich weiß ja, dass... Ja, aber vielleicht verlierst du mal einen Tag und dann weißt du den Tag nicht mehr und dann ist es schon für eine Woche Chaos. Also im Internet als auch, also ich meine, auf meinem Rechner, auf meinem Smartphone und meinem Smart-TV und sowas kann ich überall den Tag auf jeden Fall sehen. Aber suchen wir uns jetzt nicht einfach nur Umwege, die Zeit anzeigen zu lassen? Nein, 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 ich brauche hier gar keine Zeit, ich brauche hier nur den Tag und ich weiß halt von wegen Tagesablauf und ich weiß halt, dass ich halt zum Beispiel Dienstag ist der Knaller, ich kann ja von 17 Uhr bis spät 21.30 Uhr trainieren, also es ist die letzte Einheit, deswegen, ich würde hin und ich würde wahrscheinlich immer in einem laufenden Training reingeraten und dann würde ich halt warten. Scheiße wäre es, wenn ich denke, oh, wie jetzt haben die gerade angefangen? Die Frage ist bloß, wie lange machen die? Ja, die Chance, das ist auch noch so eine Sache. Die haben halt so einen Krav Maga-Song, der dann genau die Dauer einer Session hat. Ja, im besten Fall macht ja Björn, hat ja gestern trainiert, macht immer das Gleiche mit jedem und sagt von wegen, okay, das mache ich jetzt, Aufwärmung und irgendwann meinte er nämlich auch von wegen, jetzt seid ihr wohl alle ganz warm, so jetzt mal, das sind ja auch alles Gefühlte, zwischendurch schaut er wahrscheinlich schon mal auf die Uhr, aber wenn er sagt von wegen, okay, ich mache hier fünf Techniken, ich mache zum Schluss halt dann irgendwie das Auspower mit Schlagpolster mache ich, ach, da hat er zum Beispiel auch gestern gesagt, erste Runde war zwei Minuten, zweite Runde war zwei Minuten, letzte war drei Minuten Schlagpolster, danach kamen freie Techniken, da habe ich gedacht, ja, das ist dann halt auch, woran, er orientiert sich, glaube ich, an den Stärksten und guckt, wann der pustet, weil die Schwächsten kacken immer vorher ab, bei drei Minuten, das kann ja bleiben, das Prinzip, das ist ja altbewährt, aber ich meine, wie gesagt, das wird alles schwierig, auch für ihn ja rechtzeitig zu kommen und rechtzeitig das Training zu eröffnen, was macht der denn, er kommt dann am frühen Nachmittag an, dann wartet er, bis genug Leute sich gesammelt haben, es klingt alles wie so eine archaische Terrorvision, ohne Zeit. Naja, er öffnet dann auf seiner App, bin da und das macht er dann schon vor, äh, macht er vor, äh, vorausschauend schon auf dem Weg dahin, weil er weiß, das macht alles nur umständlicher und alle Leute versuchen ständig sich irgendwelche Eselsbrücken zu bauen und zu raten, wie spät es ist. Die Menschen auf Summer Roy haben sich das doch nicht einfach so ausgedacht. Ja, was machen die denn den ganzen Tag? Ich, äh, die Beispiele waren auch so lächerlich, von wegen, ein Kind kann doch nachts um zwölf spielen, ja klar kannst du das machen. Ja, kann ich es ja auch machen, wenn es nachts um zwölf ist, wenn die Sonne scheint. Ja, und ich muss den Film nicht um 20.15 Uhr schauen, mache ich so, heute, bei irgendwie Internetmöglichkeiten, nein, musst du natürlich hin, du schaust, wann du Bock hast. Und, und, also er meint von dir, wir werden überall doktriniert, von wegen, wir müssen dann und dann um diese Uhrzeit das und jenes machen. Und das waren Beispiele, wo ich dachte, nein, das sind alles Beispiele, wo nichts, das ist scheißegal. Und wenn du sagst, ich muss am Tag acht Stunden arbeiten, aber ich bin frei, ja, dann mach das halt, wann du lustig bist, aber Time ist wann. Du musst ja halt, kannst ja auch bröckeln, kannst ja auch achtmal eine Stunde oder was für sich. Ja, eben, also, ja, das sind das, ich verstehe nicht, was die da alle gegen die Zeit haben. Ja, wahrscheinlich. Sind es die grauen Männer? Ich kann das schon verstehen, dass man, dass man das Gefühl verliert für die Zeit. Ja, natürlich. Weil die Uhr, weißt du, die Sonne steht, glaube ich, immer so mittagmäßig oder was, dass sie immer so mittig steht. Ja, aber ich meine, aber gerade dann brauchst du doch eine Uhrzeit. Ja, aber dass man halt dir nicht sagen... Kannst du in der Familie überhaupt das Essen organisieren? Ja. Ja, wenn ihr Hunger habt, essen wir alle. Wir machen einmal zum Frühstück, bereiten wir alle Mahlzeiten für den Tag vor. Wenn ihr Hunger habt, nehmt euch was aus dem Kühlschrank. Super. Ja, es gibt permanent Buffet. Super. Das ist toll, so ein Stadtbuffet, auch von der Kirche ausgerichtet. Und sie läuseln, wenn es alle ist oder gammelt. Ja, ich glaube, es ist halt auch einfach so, vielleicht so ein Touristen-Ding. Ich weiß nicht, was sie sagen, so von wegen, es ist halt echt scheiße. Im Sommer ist es vielleicht cool, das Speichern war so ein bisschen Energie und Vitamin B, weiß nicht was, D3. D3 und im Winter ist halt echt schlimm tot. Aber wenn wir halt weltweit der einzige Ort sind ohne Zeitzone, das zieht Menschen. Ja. Und die kommen hierher und fotografieren und sagen, wow, timeless vacation oder so ein Scheiß. Ich weiß nicht, ob das halt ein Werbegag ist. Es klingt halt mit den Argumenten echt nicht durchdacht. Deswegen habe ich gedacht, was würde passieren hier? Also ich meine, klar, hier wäre auch totales Chaos im Sinne von, ich weiß nicht, was passieren würde zum Beispiel, würde das Kriminalität beeinflussen? Also würden die, wenn ich jetzt so aktive Kriminelle, die jetzt nicht am Rechner sitzen, die sich nicht absprechen können, wann sie sich irgendwo treffen für ihren nächsten Beutezug. Ja, oder zum Beispiel, was ist denn mit Banken? Dann sagen die von wegen, da sind die auf. Aber Banken haben ja manche bescheuerte Zeiten. Dann kommen viele Leute, wenig Leute. Wahrscheinlich sind dann mal wenig da oder. Aber was funktionieren würde, wäre immer noch Polizei, Feuerwehr, weil du wirst ja an, wenn was ist und nicht von wegen, können sie um 16 Uhr kommen? Da muss auch jemand da sein. Ja, es ist ja Tag. Ja. Du hast immer so eine, du hast eine Tagnummer und eine Nachtnummer. Gott. Ja. Nee, Quatsch, das ist derselbe Ort, bloß die Leute wechseln. Nee, 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 es sind schon zwei unterschiedliche Behörden. Haben sie etwa die Tagespolizei angerufen? Ihr Spinner, es ist bestimmt kurz vor nicht mehr Tag. 110, Polizei, 118, Polizei bei Nacht. Kann man sich ganz einfach merken, Sie Idiot. Gibt es dann auch die Übergangsbärmten, die dann so rumpimmeln in einer blauen Stunde? Ja. Naja, die machen die ganze Zeit Urlaub, die haben ja nur in einer blauen Stunde zu tun. Ja, aber find die doch mal, find die. Ja, aber in einer Stunde ist auch wieder Feierabend, jetzt müssen wir auch keinen mehr festnehmen. Und die campen immer vor den Stationen. Ja, oder dann stell dir vor, du musst zu einer Behörde gehen, um deinen Ausweis erneuern zu lassen. Das kannst du ja dann mit Cent vergessen ohne Zeit. Also die Behörden laufen ja jetzt schon ohne Zeit, mehr oder weniger. Naja, vielleicht würden sie dann das talinische System einziehen, dass sie sagen, ey, wir machen mal was logisch ist. Und das vielleicht nur, um zu sagen, ihr beiden Männer seid jetzt Ehemann und Ehemann. Und ihr seid jetzt Kfz-fähig oder sowas. Den Rest machen wir am Rechner. Wie jeder vernünftige Bot. Ja, ja, ja. Aber bedenke, das hier ist Deutschland. Aber da zuckt was. Das ist Deutschland. Und denkt dann, die ganze Umstellung kostet viel Strom. Dann brauchen wir wieder aus Kohlekraftwerken. Ja, da können wir dir ja die ganzen Borkenkäferhölzer verbrennen. Ah, oder die Borkenkäfer verbrennen. Uh, ich habe gesehen, wie sie die gesammelt haben, so fallen. Und dann zu bestimmen in so einem Trichter, wie viel das pro Quadratmeter, pro Meter, keine Ahnung. Und danach meint sie, was machen sie? Die können sich jetzt sagen, nö, die gebe ich jetzt. Und dann hat er die dann so langsam auf so einen Ameisenhaufen geschüttet. Und es war so, oh, krass. Es war so richtig, die alle mit Gift da los, also es spritzte da irgendwie so was komisches. Und das sah schon geil aus, wie die. Okay. Ja, und dann hat er gesagt, ja, und dann kam irgendwer auf die Idee, ja, aber finden die Ameisen so auf die Borkenkäfer? Und er guckt ja an den Grenzen und meint, nein, nicht so kurz denken. Und ich dachte, ja, weil dann kam wieder dieser Gedanke, wir schicken die Ameisen auf die Borkenkäfer, irgendeine spezielle Ameisenzüchtung. Das klingt schon wieder nach so einem Horrorszenario, dass wir in zehn Jahren so Ameisenwälder haben. Das gibt es auch bei den Simpsons, die Folge, als die... Die Frösche aus Australien? Nee, so eine andere Folge, wie es sind Ratten und Tauben und eine Schlange oder so. Also, ich weiß auch nicht mehr, sie holen dann eine Schlange, um, ich glaube, eine Ratte loszuwerden oder so. Und dann bricht die Schlange aus und dann schlagen sie vor, sie holen einen Gorilla, um die Schlange umzubringen. Dann fragt Lisa, was passiert mit dem Gorilla? Ach, Lisa, im Winter erfriert der einfach draußen. Ja. Ja. Das sind die Tiger, die können auch nicht im Winter leben. Oder ist das ein Tiger? Ich kriege es nicht mehr zusammen, wie es da war. Aber halt, ne, Grundprinzip ähnlich. Ja. Was wäre denn so mit Politik, Wahlen, so? Das ist halt auch an einem Tag. Ja. Am Tag. Nee, dann ist halt in der ganzen Presse es dann so, wenn jetzt noch dreimal die Sonne untergeht, dann müssen sie wählen gehen. Genau. Ja. Ich glaube, man würde sich auch viel, viel stärker an Lichtverhältnisse orientieren, dass es so, dass das menschliche Auge so voll trainiert wird ab Grundschule oder Kindergarten oder sowas, dass man schon sagt, so, das ist Morgenlicht und das ist Übergangslicht zur Nacht oder so, dass man das schon so krass spürt. Eigentlich wie in der Steinzeit leben. Naja, oder wie so ein guter Kameramann, der riecht ja förmlich, dass er sagt, ey, wir haben jetzt noch fünf Minuten Fenster, maximal zehn, dann ist dieses scheiß Licht hier weg, also entweder machen oder nicht. Das habe ich dann schon beim Dreh öfter mal gehört. Toll, ja. Ja, nee, geil war zum Schluss, so eine letzte Szene mit mir, ich sitze halt irgendwie wieder im Zug, Statisten werden noch aufgebaut und dann tragen halt zwei Fahrräder aus einer anderen Szene halt in die Szenario rein und der Regisseur ist schon voll fertig, nein Alter, nicht Fahrräder, andere Szene und die gucken nur ganz müde und tragen die Fahrräder wieder raus. Wir waren alle so durch, die Köpfe haben schon so geschmolzen, also so, jetzt die Fahrräder? Nein! Ja. Ja, wo hätten wir denn noch ordentliche Zeit? Hier, das ganze Thema professioneller Sport ohne Zeitnahme. Uff, ja. Ja, dann musst du halt Fußball nach Toren entscheiden, wenn zwei Tore gefallen sind, ist das Spiel vorbei. Ja, dann vielleicht ganz gut, aber wie ist das zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, die ältere Dame mit 103, 40 Sekunden auf 100 Meter. Was ist dir denn auf 100 Meter gelaufen? Die ist die mehr gelaufen auf 100 Meter als der junge elfjährige Typ, aber weniger gelaufen als der Tote? Ja, nein, ich glaube, ich glaube, du musst, du lässt da einfach einen sehr guten Athleten den Marathon laufen. Aber auch einen Marathonläufer? Ja, einen Marathonläufer. Okay, also du sagst einen Golfer. Und dann teilst du es in seine Rundenzeit ein. Wer stoppt denn die Zeit, wenn es gar keine Zeit gibt? Nein, du sagst, oh ja, stimmt, du kannst das gar nicht. Nein, du musst immer, wenn jemand losläuft, du nimmst das auf Video auch, das Startzeichen für die Läufer ist, wenn du das beim Video auf Start drückst, ist es von einer Drohne gefilmt, also von oben im Stadion und dann kannst du mal angeben, wie viele Runden er geschafft hat in der Zeit, in der du was auch immer getan hast. Aber es müsste irgendwas sein, was jeder gleich ungefähr tut. Ja, das ist halt, es gibt einen Standardläufer, das ist dann der Läufer Null. Der auch nicht altert und seine Form nicht gleich ist. Nein, wir haben das Video, wir haben ja das Video von ihm. Ach so, okay, also das ist so die Orientierung. Ja. Und das ist dann gleichzusetzen mit irgendwas, was bei allem gleich ist. Genau, nein, die alte 40, die 103-Jährige läuft halt die Runde und dann siehst du, ja, okay, in der Zeit hat er drei Viertel einer Stadionrunde geschafft. Während sie 40 Meter, 100 Meter gelaufen ist. Was ist eine Stadionrunde? 400 Meter. Ah ja, okay. Ich glaube wahrscheinlich ein bisschen mehr im Marathon-Tempo. Also sie läuft 100 Meter, während er 300 Meter läuft. Ja. Und das ist dann ein Jack Russell. Ja, genau, genau. Ein drei Viertel Jack Russell-Runde. Ach so, drei Viertel Jack Russell. Also ich dachte 300 Meter. Nee, 400 Meter ist die Stadionrunde. Ja, ja, aber er ist jetzt 300 Meter gelaufen. Ja, genau. Das ist eine drei Viertel Jack Russell-Runde. Ach so, ich dachte drei Viertel wäre Jack Russell. Nein. Und eine ganze Runde wäre ein Diamantino oder sowas. Ach so, ah, wow. Man rechnet das in Hunde. Ja, ich dachte Jack Russell wäre der Name des Läufers. Ah, ich dachte Jack Russell Terrier. Könnte auch ein Jack Russell Terrier die Stadionrunden laufen lassen. Ja, die laufen ja mal gleich. Das wäre ganz gut. Ja, das ist ja nicht schlecht. Aber guck mal, es ist Prinzip Xletics. Wie lange haben wir gebraucht? Einen Tag. Grob. Mit Hin- und Abweißen. Wie viel Spaß haben wir gehabt? Eine Menge. Mehr als ich mit den Armen zeigen kann. Ich zeige jetzt ganz viel. Ja, Dirk zeigt ganz viel. Ich kann es bestätigen. Von Fingerspitze zu Fingerspitze. Das war ein halber Jack Russell und ein ganzer Diamantino, den ich gezeigt habe. Ein langgezogener. Ein Fuß und Bein langgezogen. Oder sagt man Läufe? Läufe? Vorderlauf? Vorderlauf, Hinterlauf. Pferde haben sechs Beine. Jetzt drehe ich durch. Wo ist es halt? Wie spät haben wir es eigentlich? Ja, das weiß keiner. Ach, dann kann man nicht mehr sagen, meine Güte, wie die Zeit vergeht. Man kann sagen, meine Güte, wie die... Meine Güte, wie vergeht die Zeit? Man rechnet nur noch in Jahreszeiten. Es gibt vier Jahreszeiten. Nee, Quatsch. Aber ja, okay, hier schon. Aber auf Summer Royale gibt es ja zwei. Die heißen Hell und Dunkel. Oh Gott. Können die Leute nicht einfach wegziehen? Ich meine, ganz offensichtlich geht es denen nicht guter. Ich habe mir vorletzten Dunkel einen Jack Russell geholt. Echt? Ja. Mein Kind ist Fußballspiel. Mein Kind ist in der Schule. Wir wollten doch gerade essen. Oh Gott, ich schlafe doch schon auch. Ja. Ja. Aber das ist doch eigentlich... Das Gute ist, wenn man irgendwas Wichtiges plant, sind das immer so eine Tagesevents. Ja. Weil man halt nicht weiß hundertprozentig, ob der andere das genauso sieht. Zum Urologen gehen. Ja. Oder heiraten oder sowas. Dass man sagt, du musst den ganzen Tag da bleiben. Weil irgendwer sieht den Sonnenaufgang nicht richtig. Oder, oder. Ja. Ja. Ja, so ein bisschen wie damals in der Zeit ohne Handy. Wenn man sich verabredet hat. Uh. Ja. Was war das bei mir? Das ist 96, 97. Ich glaube, 98 hatte ich mein erstes Handy. Ja, dann meinen sie es deutlich später. Ja, aber du bist auch deutlich jünger. Ja, aber das ändert ja die Jahre nicht. Du bist doch so ein Digital Native. Ja, bei dir war 98, ja. Ich hatte meins erst beim Bund irgendwie. In der Schule habe ich nie die Notwendigkeit gesehen. Ach, du hast nicht... Schwalbe 1 an Schwalbe 3. Möwe greifen. Möse heißt das in Fachausdrücken. Die Hitze drückt dir ganz schön auf die Platte. Ja, aber da war es halt dann... Dann hieß es halt, naja, du bist dann um 20 Uhr in der roten Telefonzelle. Und wenn du da nicht bist, dann hast du Pech gehabt. Dann wartest du 10 Minuten. Wie hat er dein Bett denn Telefon? Nee, in der britischen Telefonzelle. Nice. Ich weiß, die gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. An der Greenwich Promenade ist aber noch eine in Reinigendorf. Greenwich? Ja. Da war der britische Sektor? Genau. Und die Promenade hat halt diese Telefonzelle am Anfang. Und dann geht die so ein bisschen da am Tegler See lang. Der Hörer geht komplett am Tegler See lang. Ja, ja, du kannst ihn einmal mit um den See nehmen. Das ist das besondere Feature. Quasi ein Jack Russell. Quasi drahtlos, ja. Ja, ich meine, dann für so kurzfristige Fans bist du halt zur richtigen Zeit da mit der richtigen Person oder nicht. Und ansonsten telefonierst du und dann hättest du, nee, ich bin noch zu Hause, ich muss noch eine Bojack Horseman Folge lang kacken und dann ist halt Pech. 25 Minuten oder sowas, ne? Ist aber ordentlich. Oder soll ja auch nicht drücken. Ist ja auch egal. Also ich meine, Zeit spielt keine Bedeutung mehr. Du kannst auch lang kacken, wie du willst. Naja, so, ja, ja. Fünf Minuten kackt der Stier, zehn Minuten der Polier. Ja, so. Also jetzt einfach mal so stehen. Ja, ich würde den Verstand verlieren ohne Zeit. Ich merke, ich merke ja schon, das, das hier, das grenzt ja schon an Hundemisshandlung. Ist, glaube ich, in Norwegen erlaubt. Denkt nur an die ganzen, die Jack Russell Terrier werden mit dem Haifleisch zusammen im Garten vergraben und dann als Spezialität wieder hochgeholt beim nächsten Dunkel. In so einer schönen Pommes-Tüte. Dei Martina, Jack Russell. Das klingt wie so ein Ausschnitt aus irgendeinem nackten Kanonen-Streifen. Ja, also, das, ja, ja, also ich glaube, es würde darauf hinauslaufen, dass Leute sich viel mehr selbst organisieren müssen und sich nicht orientieren können an irgendwelche Vorgaben. Also die Vorgaben sind halt zu lapidar und, ja, es würde dann, die Sache ist aber auch, du bist ja lustig, sagst voll oft von wegen eine BoJack Horseman-Folge, ein Blabla, das müssten ja dann noch Relikte aus der Zeit sein, als es Zeit gab. Ansonsten neue Produktionen hätten ja, hast du gestern, keine Ahnung, Mission Impossible gesehen. Es ging ja gar nicht an einem hell. Genau, das sind ja so ungeschnittene Werke, die dann einfach mal so vier Wochen dauern und denkst, ach scheiße, jetzt springst du zum vierten Mal, jetzt ist die Unterbrechung, die Kamera läuft weiter. Ja, jetzt ist der Tag drin, wo sich den Fuß bricht, jetzt ist seine Reha drin. Den haben sie ja drinnen gelassen, ja, und dann siehst du halt auch noch exakt den Moment, wo er auftritt mit links und rechts sofort anfängt zu humpeln und schnitt. So, und denkst, ach, 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 und das nächste ist ja, wie er dann in so einem, weiß nicht, in so einem Hochhaus läuft und dann so eine Scheibe einschmeißt und da habe ich auch gedacht, was die nächste Szene ist, die sie nach dieser, was war das, drei oder sechs Monate Pause, nee, drei Monate, ne? Ja, glaube ich, ich hätte eher sechs Wochen gesagt. Es war gruselig schnell, gruselig schnell. Und es war halt auch irgendwie kein, sowas wie Elle, Speiche, sonst was, sondern es war im Gelenk gebrochen, wo du denkst, ja gut, das ist jetzt, da bist du jetzt mal ein Jahr weg. Aber was die erste Szene dann wieder war, ob der dann vor sich angefangen hat oder ob das gleich Badezimmer war. Die Frage ist halt, drehen die halt alle wichtigen Dialogszenen vorher und dann die Stuntszenen in der Reihenfolge mit der Wahrscheinlichkeit, in der sie Tom Cruise töten? Cavill wollte ja auch den Halo-Spur-Jump machen, wo dann Tom Cruise gesagt hat, nein. Und das mache ich nicht, weil ich denen nicht vertraue, sondern weil es halt um unser Leben geht, um eine Kamauan, um mein Leben, weil wir müssen uns um dich kümmern. Und das muss ich als Figur schon machen. Ja. Aber geil ist, dass der dann selber so wahnsinnig wird. Also Cavill meint ja, du wirst angeschickt von dieser Tom Cruise-Energie, alles machen zu wollen. Und du machst halt irgendwie diese Badezimmer-Szene, was haben die gemacht? Zwei Wochen oder so? Und dann war er komplett geschwollen. Also er war, es war halt alles und sonst lässt es ja auch nicht zu. Tom Cruise übrigens wurde von Justin Bieber zu einem MMA-Kampf herausgefordert. Kein Scherz. Das habe ich, wo habe ich das gehört oder gesehen? Ja. Justin Bieber, der 31 Jahre jünger ist als Tom Cruise. Aber Tom Cruise würde ihn so platt machen, oder? Ja, Tom Cruise würde ihn vor allem töten. Er ist ein absoluter Psychopath. Ja, ich meine, genau. Und der lernt ja, diese Kampftechnik, die er für den Film lernt, das sind ja keine Kampfsportarten, die er lernt, sondern das sind dann irgendwie angelehnt an irgendwelche Kraftmagerungen und sonst was. Es geht immer darum, dass seine Figur sofort das Gelenk bricht, sofort den Kick auf sticht, sonst was. Im Weekly Planet Podcast, den ich höre, meinten sie auch, Tom Cruise ist so ein bisschen wie Batman. Wenn man ihm genug Vorbereitungszeit gibt, kann er alles machen. Und ja, naja. So viel dazu. Ansonsten haben wir jetzt fast eine Standardlänge von einer Für Nüsse-Folge geredet. Nice. Davon ungefähr zwei Drittel über Zeit. Ja. Im Rest der Zeit haben wir uns über den Planeten aufgeregt. Wir müssen uns jetzt, wer hat das gesungen? Dann wird es mal wieder richtig Sommer von Rudi Carell. Udo Jürgens. Tausend Jahre sind ein Tag. Diese französische Comic gerade, die, glaube ich, Geschichte und sowas erklärt, als auch irgendwie, was passiert in meinem Körper. Und da hat, glaube ich, Jürgens immer die, also ich glaube nicht dafür, sondern sie haben den Song genommen. Aber da war unter anderem, tausend Jahre sind ein Tag. Und vielleicht würde das irgendwann auf Sommeroi ja auch dann gut passen, dass man so denkt, ach, das war eine richtig dumme Idee. Aber da so alle Gazetten und hast nicht gesehen, darüber berichtet haben, habe ich gedacht. Das klingt für mich so ein bisschen nach so einer Foltermethode auf Guantanamo Bay. Du wirst in einen Raum gesperrt, der entweder durchgehend hell oder durchgehend dunkel ist und keiner sagt dir, wie spät es ist. Aber das haben ja auch hier DDR-Praktiken, ich glaube, im Dritten Reich bestimmt auch gemacht. Das sind ja einfache Methoden. Ja, deswegen absoluter, idealistischer, sozialdemokratischer Traum, die Zeit abschaffen, damit wir alle in dieser Hölle leben. Wie warm ist es da eigentlich? Also ich meine, wenn die quasi ihre Sommerzeit dann haben, ist es, also dann könntest du ja irgendwelche Affen dazu bringen, sich dann mal so drei Tage zu sonnen oder so. Ich glaube, so warm ist es dann nicht. Ja, die müssen aber, glaube ich, bestimmt so Solarpanels haben, mobile, die dir halt ein halbes Jahr hinstellen und dann bauen sie die wieder ab, oder? Also in der Zeit müsst ihr ja ohne Ende sammeln. Da könnte dann ein bisschen mal eine Wolke kommen, aber das Lichtverhältnis reicht dann noch aus. Das muss ja eigentlich ganz geil sein. Aber was heißt wieder abbauen? Die können ja auch dann nachts draußen stehen bleiben. Ja, kann ja sein, dass sie irgendwo anders hin, keine Ahnung, das ist günstiger, wenn sie für ein halbes Jahr die leihen, als wenn sie sie kaufen und das gehen ja dann sind die im Arsch. Naja, Samurai. Ich habe das Gefühl, wir haben, wir sind am Anfang gescheitert bei der Beantwortung der Frage, weil es halt einfach für unser Hirn nicht greifbar ist. Ich hätte auch fragen können, wie sieht das Ende vom Universum aus? Aber ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir zusammen irgendwie so einen lustigen Tagesablauf, aber es wäre gescheitert beim Schuhe putzen und aufstehen. Klassisches Morgenritual, Schuhe putzen und aufstehen. Nee, ich habe morgens Schuhe an. Schläft mit Schuhen im Bett, okay? Wenn ich ein Bett hätte. Ich finde, alles, was wir uns überlegt haben, sind halt Methoden, um irgendwie herauszufinden, wie spät es ist, wenn alle Uhren im Haus kaputt sind. Also ich finde es super, dass halt irgendwie eine Dreiviertelrunde ein Jack Russell ist. Ja. Das finde ich super. Dabei können wir es vielleicht belassen. Vielleicht können wir das ein bisschen etablieren. Ja, das finde ich gut. Wow, da ist ein Jack Russell gelaufen. Ja, gut, wenn ihr noch die Zeit habt. Findest at gmail.com, eine Frage jeden Tag. Oder add für NüssePod auf Twitter. Oder für Nüsse mit Dirk und Klaus bei auf im und zu YouTube. Und Podcast-Apps, worum ihr Podcasts hört. Freunde, uns geht die Zeit aus. Auf einen Jack Russell mit dir da draußen, du Hund. Bis dann.